Nach Jahrzehnten der treuhändischen Verwahrung in Ninsbruck ist kürzlich eine kleine historische Standschützenfahne ins Ultental zurückgekehrt. Der Verband Tiroler Schützen hat sie in Zusammenarbeit mit den Tiroler Landesmuseen an das 2020 wiedergegründete Schützenbataillon Ulten übergeben. Um die historische Fahne zu schonen, wurde ein Duplikat hergestellt. Die Fahnensegnung erfolgte in der Hofkirche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017